ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate und bevor es losgeht gibt natürlich wie immer den obligatorischen risikoinweis der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir gehen direkt rüber in die xstation und schauen uns mal den dax future an in dieser woche gibt es eine verteidigung einer wichtigen support zone und auch wieder erste erholungstendenzen wichtig ist aber dass die bullen sich weiter durchsetzen können und vor allem das rekordhoch vom november 2021 testen da gab es im mai als auch schon zu beginn des aktuellen monats zwei fehlausbrüche zumindest im monatschart und dieser bereich muss eben geknackt werden um sozusagen nachhaltig nach oben auszubrechen wichtig wäre dann eine verteidigung dieser support zone und wenn diese zone bei einem weiteren test nicht halten sollte wäre das eben der startschuss für eine stärkere korrektur der nasdaq 100 hat versucht sich in dieser woche wieder zu erholen allerdings sehen wir am oberen schatten dass diese erholung auch wieder ins stocken gerät wir haben einen langfristigen widerstand am hoch vom märz 2022 da gab es bereits viele reaktionen in den vergangenen zwei wochen und dieser bereich muss eben geknackt werden um dann vielleicht das jahreshoch in angriff nehmen zu können und sich auch dem nächsten wichtigen widerstand anzunähern und zwar im bereich der 16.000er marke wenn allerdings das vor wochentief nicht halten sollte dann könnte der markt mindestens mal bis in richtung 14.694 punkte zurückfallen euro dollar hat wieder zu kämpfen und zwar hat das paar in dieser woche bisher nicht die 109 42 knacken können seit knapp drei wochen versuchen die euro bullen das ja und dieser widerstand bleibt also nach wie vor der bereich der einen anstieg in richtung 1 10 33 verhindert wichtiger hochpunkt gewesen vier fehlausbrüche und ja dieser bereich muss dann vielleicht zu einem späteren zeitpunkt nochmals getestet werden allerdings notiert das paar in der nähe des wochentiefs und auch des tiefs der vorwoche und das bedeutet dass ja anfälligkeit besteht für weite rückgänge möglicherweise auch in richtung 1 0 7 87 da gibt es aber auch verschiedene möglichkeiten und setups handels indien dazu gibt es dann auch in meinem video von heute morgen den link wie immer unten in der beschreibung schaut euch das auf jeden fall an wir gehen aber nochmal rüber zu gold hier sehen wir in dieser woche eine erholungstendenz aber immer natürlich noch deutlich minus für diese woche was ist jetzt wichtig wir haben viel platz nach unten bis zur nächsten bis zum nächsten bis zur nächsten unterstützung und zwar bis 1870 dollar könnte der markt also noch mal fallen erst da gibt es wieder stärkere unterstützung eine positive überraschung wäre wenn wir eben die 1910 dollar zurückgewinnen und dann könnte sich vielleicht auch wieder der ein oder andere käufer ja sagen könnte wieder reinkommen um den markt zumindest mal in richtung 1934 zu drücken da gab es nämlich viele rührungspunkte und das könnte eben mittelfristig ein wichtiger widerstand sein die ölsorte wti notiert jetzt in dieser woche wieder leicht im plus und zwar sehen wir dass die wichtige support zone zwischen 69 und 70 dollar erneut zu halten scheint auch in dieser woche gab es zwar einen bruch nach unten aber das wurde eben scheinbar als kaufgelegenheit gesehen aber wichtig ist jetzt für ende der woche dass die support zone eben hält und oberhalb von 70 dollar könnten wir erwarten dass der nächste widerstand bei 72 dollar getestet wird da gab es in der vergangenen woche einen fehlausbruch unterhalb von 69 besteht aber eben immer die gefahr dass wir hier in die nächste zone reinlaufen zwischen 64 und 65 der bitcoin versucht heute erneut über das alte jahreshoch bei knapp 31.000 dollar auszubrechen wir gehen kurz in den tageschart da sehen wir es also fehlausbruch nummer eins fehlausbruch nummer zwei annäherung und jetzt der dritte versuch nach oben auszubrechen die handelsspanne verengt sich weiter wir haben eine seitwärtsphase die seitwärtsphase muss aufgelöst werden und das bedeutet bei einem anstieg oder einem ausbruch nach oben könnten wir schnell die 32.000 und 300 dollar sehen und vielleicht sogar auch wieder uns in richtung 35.000 dollar bewegen wenn der markt allerdings unter die 30.000 dollar rutschen sollte dann würde ich sagen dass es erstmal wieder potenzial gibt in richtung 26.758 vielen dank fürs zuschauen lasst gerne auch einen daumen da wenn euch das ganze gefallen hat ansonsten viel erfolg für heute und auch schon mal ein schönes wochenende macht's gut